Ist euch schon mal aufgefallen, dass Zoe immer sie selbst ist? Dass wir nie irgendjemanden haben, der bei uns die Frau spielen will? Ja, aber Ingo ist ja nicht da. Ingo ist jetzt einmal die Frau bei uns. Er hat den letzten Part gesehen, der hat Angst mit uns Frau zu sein. Genau. Kampe. Klingt sehr gut. Pumpe. Pumpe so. Pumpe Pumpe. Pumpe Wasser Zang. Tschüss. Hat er. Ah, Hilfe, das sind Pedo Zombies, die kommen aus dem Busch. Wir haben einen Hunter gefunden. Ja. Find you. Ich glaube nicht. Nee, nicht mehr mehr. Hier. Was? Okay, wer hat mich gerade in die Luft gejagt? Ähm. Stefan. Niemals warten. Nee, niemals. War kein Fall. Einlegen wir uns einfach auf die Al-Qaida. Ja. Gut. Nee, der Weihnachtsmann war's. Der Weihnachtsmann ist bei der Al-Qaida. Der hat einen Bart. Das Scheiße habe ich auch. Das ist eigentlich ein Fenster. Ist der ein anderer mal? Nein. Auch nicht. Auch nicht. Was? Kommi. Fernseher. Ey, und Juri kommt durch Fenster. Los. Ich will Dora sehen. Oder Spongebob. Los, Fernseher. Arschloch. Der wollte mir keinen Spongebob zeigen. Der hat's verdient. Hier, Fernseher. Wow. Scheiße, RTL-Programme laufen nur. Echt safe. Oma? Ja, klar. Der wollte drunter springen. Ja, echt. Und Zowie springt natürlich runter. Was? Zowie ist gerade runter gesprungen. Da. 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 Wir starten Schwarzer im Weg. Kann man den Mülltunnel nicht vorbei. Ich komme gerade nicht darauf klar, dass Zowie selbst Mod begangen hat. Waren wir echt so hart zu ihr letztes Mal? Ja. Die waren traurig. Ja. Ich darf sie euch noch nicht verziehen. Da vorne hinse wieder. Ich hole sie uns mal. Weg, weg. Hi. Da. Kommt mal, hier sind Glühwürmchen. Ah. Da war er. Glühwürmchen. Nein, da war er. Nein, das hat mal Glühwürmchen vor. Das hat mal von der glühwürmischen. Glühwürmchen. Nein, das hat mal Glühwürmchen vorgelegt. Du springst vor. Ne, nega vor. Der Neger schwimmt schon. Du kannst grad zum Fliegfahrten Ha ich kann nicht mehr weiter Hey Prost Zombie Zombie Weine Piste die jetzt Ey du Hunter du Camper Wie der war jetzt mal am Campen? Ja Sack Bitte mach die Tür Ja 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 Wie hat sich den Schaden selbst zugefügt? Echte Nur mal zu d Ja Oh ich nehme mal die SMG Ich nehme mal die Pfanne Ich nehme mal die Pfanne So So Wenn du richtig taktisch spielst, soll ich nur um die Ecke gucken Ja klar Will jemanden Molly? Weißen wir Hier ist einer Ja Waschen wir auf der anderen Seite Mann Natürlich Pille Hä? Da waren sie noch Pille Oh 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 So, die springt runter und verreckt. Was kann die eigentlich? Ich bin einfach nur runter oben. Ihhh, hier hängt Zunge. Wollte ich auch mal lecken. Ja, hier ist alles in Ordnung. Ist alles gut. Ist man jetzt ewig auf Film festgehalten, aber alles ist gut. Aber nur gucken, ob der Lecker auch fliegen kann. Und kann er? Nee. So fliegen. Autopumpe. Wohin. Weck dich. Was gibt hier irgendwas nur da? Oh. Oh, ich hab den Schwarzen ausgesperrt. Ich sollte mich auch mal heilen. Doch. Ich bin voll gewendet. Hey, der Smoke hat eine Waffe gedroppt. Hey. Die droppen Waffen, die Viecher. das sind unsere alten oder was hast du jetzt schon wieder eingestellt kann man jemand die scheiße ausstellen aber hier drauf geht es so eine gute idee ist dass ich da umgehe ich bin ja schon da ich auch oh Stefan das war echt eng Hallo wo ist ein Hunter? Wo ist ein Drecks Hunter? Ich weiß nicht, ich suche mir was. Such, such. Macht ihr letztes Day? Ja. Ja. Hunter gefunden. Dann mach mal. Nein, ich hab Hunter gefunden. Du bleibst hier, Tommy. Kalle sieht das auch so nicht hier, wie Tommy. Krieg ich mal um. Kalle, komm her, komm her. Oh, ich komm mal raus. Ich hab hier mal raus. Hehehe. Aaaaaaah! Tommy. Ich hab das Gefühl, dass er vielleicht den nächsten will. Hunter! Der war knapp. Ja. 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 Wie die andere, die überhaupt nicht mehr friedlich sind die Kieke. Oh! Waaah! Ehh, Tarnal, wie starten ruhig? Ich warte nachladen. Ekelhaft. Ekelhaft, der ist auf mich gespritzt. Das ist ja nicht schlecht. Ja, ich lande da. Hier ist irgendwo ne Bitch. Sie ist auch schon. Riechen, Knüppel. Hey! Ich guck's auf! Uäh! Wie haben sie ihre Atome zerlegt? Los, die Leiter hoch! Jawohl! Durch vor dem Arsch. Hat eigentlich überhaupt kein Leben mehr. Macht nichts. Kommt wenig hinterher. Genau, hat er heute noch nichts wirklich tolles gebracht. Ich weiß nicht, ich kriege jetzt auch noch alles. Boah ey, immer auf die Frauen warten. Boah, der ist episch gestorben. Ja. Ja. Wow! Oh, da kommt ne ganze Menge. Aua. Das ist schon wie, ey. Das ist einfach mit dem Bein, Dinge. Einer mit euch! Erste Sahne. Haha, yeah. Ah, meistens fahren. Hahaha. Das war nicht fair, Zoe läuft mir vor die Flinte. Ich wollte nur durch deinen Kopf schießen. Beschwer dich nicht, Tussi. Hopper, hier geht's durch. Positiv bleiben, Jungs. Ich glaube, das kann nicht klappen. Ey, du Camper. Ja, raus, mal raus. Hörne nach! Vorher nach, bevor man sowas macht. Ich leg mal ein bisschen Feuer, ne? Ich leg mal ein bisschen Feuer, ne? Lass die brennen, du mach! Burn, Motherfucker. Burn. Burn, burn, burn. A ring of fire. Ey. Stirb eigentlich, du wixx Vieh. Ich seh. Danke. Will schon. Geh die Olle hin. Sniper. Hm, die nehmen immer Sniper. Camper. Immer diese... Camper. Genau. Genau. Ich kann nicht mal den Kopf. Ich kann nicht mal den Kopf. Das war mein Hintergrund. Äh, Stefan kommt mal. Ja, ja. Das war nötig. Der Zombie hat gerade noch gelitten durch den Schuss in den Bauch, das sah lustig aus. Äh. Lade nach. Das tut weh. Also Jungs, mal ganz ehrlich, wenn wir uns weiter gegenseitig in den Rücken schießen, sollten wir uns für Leftfurter 2 Rollstuhlrampen besorgen. Ja, nimm einfach. Frei laut Pille und nimm. Jo. Wollt euch neidisch machen. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt auf das Ding schieße, während du's in der Hand hast? Weiß ich nicht. Geht auch kaputt. Pass auf, wo du hinziehst! Wo ist die denn da? Da! Gefunden! Jo. Die Alte mich haut. Die Piste. Die macht die. Lade nach! Die Gerbe mehr. Lade nach! Lade nach! Lade nach! Mal kurz loskommen zu den Gleisen. Grandma's. Die Auf lack! Allo Putet. As auto嗎? Da없이 steig von halten. Verdammt, das tut weh! Boah ja, Booba. Da merk dich, wie beim�ert steube. Dit. Erinnnos. AAAAAAAA. Wart wo? Demisch leck. Waffen! Komm hier Ach, ich regne Oh, voll lieb Nice Jo, ey, so wie vor deinem Stiper, ey Komm mit Stiper 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 Schuss Alter, ich hab voll mief mit dem Stiper Boah, ich hab halt wieder eine Reaktionszeit wie ne tote Katze Immerhin hast du eine Ja Ja Wir liegen noch Phibes Ich hab noch eine für einen Notfall Oh, was Die Händen, da kommen wir Warte Sau, ihr tut was für dein Geld Wo Da Friss den Baum Was ist das? Der Baum Jungs Wir haben den Weg Der Weg Der Weg ist weg, der Weg Der Weg ist weg Der Weg ist weg Der Weg ist weg Der Weg ist weg Wer von euch beiden sitzt nochmal am Left stopp? Ich Wusstest doch, das hört man raus, da blubbert die Tastatur immer so Ja, das hört man Ja, immer wenigstens so ein blub 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 Das ist die Tastatur allgemein Stefan, da der Tastatur blub 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 bluby Ich wollte Ähm, ja genau Oh komm du, ich lass uns jetzt ein bisschen zu viel des Guten Ich hab mich schlecht gehört diesmal Ja komm du Ja komm du Marco Ja Army of Two Style Rücken an Rücken Ja sie ja Fick nicht Ich weiß jetzt was der Mut zu mir Nein Wir sollten es ja glaube ich gleich geschafft haben Nimm das Verbandszeug Francis Ich will immer wieder schneller Gehen wir jetzt mal weiter Kommt drauf an wo es lang geht Ja, gute Frage Das ist eine Reise Gut, dass wir uns immer so gut vorbereiten Wo war Auf anderen Seite oder nicht Können wir da los? Ja sorry wir können los, wo sollen wir entlang? Ähm Wir haben die Brücke kaputt gemacht Ey hier gehts hoch Oh mein Gott Oh mein Gott Oh da ist ein Tür Oh da ist ein Tür Oh Gott Oh ja Alles hoch Schutz Raum Schuss Raum Munition ist überbewertet Hier ist ne Guck Komm mal her Jungs Wir müssen mal erraten was war dat für n Tier eine Kuh oder ein Pferd lol lol uff lol auf der Tür hier Kappen Fick nicht nein Top Kino Sinn der Sache jetzt noch mal was war das mal für ein Tier mal sehen ob es männlich oder weiblich war ähm einlauch haben sie aufgegriffen, weiß man nicht dann sagen wir einfach das war ein Pony fertig ja Stefan was lautet haha ah ja warte ich krieg grad noch ne Meute rein Lass ihn ab! 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 fack 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 muss doch jemand aus Töpfchen Eke haft Ich habe dir die Eier geschossen Das kann jedem mal passieren Schon wieder ein toses Unidentität der gespielt Ich hab ihn jetzt mal runter Ich hab ihn jetzt getötet Ich hab ihn jetzt nachgeladen Warte, wo kann ich denn jetzt? Könnt ihr mal sehen Jungs, ich kann Hunter töten nur mit der Kraft meiner Gedanken Wo war jetzt die zweite Knarre? Hier oben. Auf dem Dachboden. Ganz oben oder was? Boah, auf dem Dachboden! Ist das hier der Dachboden? Ja. Boah. Ey, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen gemacht. Aua. Wer morgens die Weisheit mit Löffeln isst, kann abends klug scheißen. Alte Bauernregel. Guck mal, wie wir dich umarmen. Hm. Was sind wir jetzt alle? Nekrophil? Kampi! Wie ist das hier? Wie ist das hier? Komm wieder, neue Typen! Ja, Junge. Na, wie kommt die jetzt guten Jungen? Gern geschehen! Ey, geht ihr mal weg, da ist mein Ausdruck geworden. Jetzt geht euch nochmal! Mein Auto! Ich leuchte auf meine Macht rein. Ich will das nochmal machen. Scheiße, wir haben die Alarm-Wallage kaputt gemacht. Ja. Stefan war's. Ja. Och, Menno! Ähm, ich brauche mal Munition. Verbandern nicht so viel. Ich höre eine Witch. Mach's nicht aus! Was sind die Alte? Ja, Chef! Hm. Lecker! Geil! Was sind die Alte? Nee! Okay. Oben dann. Schön beim Fernsehen gucken. Da guckt ja mal eine sehr traurige Serie. Haha. Sorry, Suchbitch! Bissche, Alter. Richtig, Mopper. Haben sie gefunden! Oh. Ja, Redwick! Kommt aus dem Keller! 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 Ja! Nein! Nein! Ich stehe da mitten in der Tür. Stammt! Das ist richtig drin! Komm schon hoch! Ich verstehe immer weniger deck mich anstatt leck mich, wenn ich mich heile! Ja, ne? Irgendwie... Das war der. Keine Ahnung. Ich hab gerade einmal mein Gedanken getötet. Ich bleib dabei! Ich bin cool! Ich hab Swag! Zombie! Schnell zum Waggon! Nein! Nei! 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 Ne! Nei! Ne! Ne. Ne mi! Nei! Du Gott! Oh Mal! Ne! Oh- Wir! Was? Me- Leroy Wieso gibt es hier keine Wölfe als Zombie, wäre doch immer ein witzig. Vielleicht 11 von der 3. Ja. Ich habe hier irgendwo einen Tank. Also wenigstens spüre ich hier irgendwo eine Vibration. Ja, oben. Wir waren Tanker. Tank tot. Tanker, wir waren Tanker. Ich habe hier mit 3. Oh, ich habe hier. Ich habe hier sehr viele Tasche, ich habe Hier. Ich habe hier mit 3. ... ... ... ... ... ... oh jetzt um das meiste warning keep on so low ja ja ok hat er gehört immer die Hände hochnehmen ok los ich geh mal daun da so wie sie sehen wir daun gut genossen auf die Zaun ja 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 schnapp ja 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 Ich muss da klauen können. Ja, ab da. Hm, ich denke wir müssen ins Haus. Hallo? Es kann sein, dass es immer der gleiche Spektor ist. Ja. Oh, ein Kinderzimmer. Okay, 10 Minuten Mortal Kombat Zeit. Ich nehm die Bühne. Ich nehm die Bühne. Doch, nach oben. Du kommst nie, geil. Hey, kommen die alle her, warte mal. Von unten. Ey, der hat mir das Fenster erwischt. Soll. Ich brech euch die Schienbeine. Der klettert nach oben, der Asch. Ja. Der ist doch voll das Fenster. Ich bin da oben auf dem Dach oben. Wow. Genau. Der ist ungebraten... ...Smoker an dem Kombat. Ich hänge im Baum. Ja. Alter, lass dich doch mal in Ruhe, ey. Nein. Ich merk's. Ach. Der fummelt mich auch mal. Mhm. Mhm. Du gibst jetzt kein Dach ohne auf dem scheiß Haus. Mhm. Alter. Ich hab's nicht gesehen. Ist das voll finket? Ja. Wir füllen noch nie nicht auf. Äh, wüsst ihr echt an die Bühne? Schreiben, Bart, mal nissen. Nein. Alter. Hatsch mich gesehen. Hatsch mich gesehen. Ich hab' die Scheine, der ist. Ja. Nein. Hatsch mich gesehen. Oh, hier ist ein Kinderbett. Fähig mit Kinderzimmer. Was wir sagen. Läger mit Kinderzimmer. Fernsehen schadet der Jugend. Bam. Haha bäm. Soi hat Partyeinladungen verschickt. Hä? Ja, die wollen alle zu uns. auch in dem VIP Raum. Achso. Ja, er kommt hier hinter mir aus. Ich cap mal ein bisschen in der Treppe. Ja, vorher ist nur Mission. Mission, Mission, Mission. Ich hab mich nicht mehr. Ich hab mich nicht mehr. Ich hab mich nicht mehr. Ja, es ist auch nicht mehr. So, jetzt haben sie Papa dazu gezwungen, die Pumpkan abzulegen. Jetzt gibt's Krieg. Ja. Wisst ihr welcher Spruch mir in dieser Map immer einfällt? Perfekt. Und der Toten schmiss seine Sense ins Feld und stieg auf den Mähdrescher. Denn es war Krieg. Passt doch. Ey du Hunter, bleib dran hier. Du musst uns hier schon wieder sein. Ja und die Hand hat ihn. Boah der ist im Ausstrung. Der ist im Kinderzimmer. Echt? Ja man. Böser. Böser. Ach ne, jetzt ja hier draußen, doll. Taktik Einstieg. Der kommt nicht weg. Immer auf, immer auf, komm. Läuft. Hing da zwar noch zur Hälfte, aber war schon in Ordnung. Da sind sie. Perfekt gerade draußen. Wo denn? Welche Seite? Da. Vorne. Da. Mach auf. Kann ich mich mal reinlassen? Nein. Nein. Ach, schlecher. Ja. Aha, ist doch mies. Die hat sich hingehackt. Bumm. Ja, schönes Ding wieder, ne? Ja. Ja. Nie machen. Machen. Kein Dusen lassen aus Versehen. Natürlich aus Versehen, natürlich. Zoe ist einmal gestorben, oder war sie selber dran schuld? Ja, die versauen viele alles hier, ey. Zoe bringt immer unsere Statistik kaputt. Ja. Boah, 49999. Ha, am wenigsten Schaden erlitten. Ich habe am meisten von euch getroffen. Und die meisten Bitches genervt. 1.494. Ja. Passt schon.